Hallo zusammen, willkommen hier bei DeckerGaming.de. Heute habe ich ein etwas verspätetes Videos über Dragon Age 4 oder The Vale Guard. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr auf so große Videos. Also Videos mit diesen ganzen Themen. Aber warum doch? Aus dem einfachen Grund, es braucht einen Gegenpool. Es braucht einen Gegenpool auch auf YouTube, weil ich merke, dass einfach diese Ideologie, diese Vogue-Ideologie einfach extremst überhand nimmt und man das einfach extrem stark merkt, wie gewisse Leute oder gewisse YouTube-Kanäle und so weiter darauf eben beeinflusst sind. Als Beispiel ist die Vogue-Star, Gamestar ehemalig, ist extremst beeinflusst davon. Ich habe mir denen ihre Videos auch von Maurice Weber angeschaut gehabt und man merkt einfach mega hart, wie hart diese Ideologie reinkickt. Gebt euch die Videos mal. Es gibt keine Kritik daran, es wird auch nicht angesprochen. Und es wird nicht angesprochen, obwohl es offensichtlich ist, diese ganze Vogue, das ganze Vogue, dieses Dragon Age 4 trieft von Vogue-Niss, egal in welchem Bereich, egal welchen Charakter sie zeigen, egal welchen Begleiter sie zeigen, es trieft förmlich von diesem ganzen Vogue-Niss. Und das ist ja auch nicht das Problem bei denen. Das wird nicht angesprochen und man kann sich nicht erklären, hm, warum mag denn keiner mehr Dragon Age 4? Warum ist denn das alles so komisch? Sagte Maurice Weber, meinte, ja, das Dragon Age-Team ist nicht mehr so, wie es damals war, gewöhnt euch daran. Nein, ich als Konsument muss mich nicht daran gewöhnen, wenn sie ein Franchise um 360 Grad dreht. Ja, was ist Dragon Age für wirklich, ja, für Leute, die das Spiel, die ersten Teile auf jeden Fall mochten, ne, machen wir mal Teil 1 und 2. Dragon Age ist düster, richtig dunkle Fantasie, blutig und brutal, ganz einfach. Es ist wirklich eine richtig Dark Fantasy. Es ist wo, ah, es ist einfach ein ganz, ganz geiles Gefühl gewesen, wenn man einfach nach so einer ganzen Schlacht einfach blutverschmiert einfach da steht und dann so einfach so einen Dialog führt. Das war doch immer Dragon Age. Darum hat man Dragon Age Origins doch so geliebt, diese Blutfontaine, diese Brutalität und auch dieses ganz klare, düstere Design. Nein. Und dann schaut man sich das neue Gameplay an. Und ich habe zuerst wirklich gedacht, Fortnite ein bisschen. Aber nein, wie Sie sich auch erinnern, ein bisschen an Fable und etwas, was auch von EA ist, weil BioWare gehört ja zu EA, und zwar dieses Reconning. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dieses Rollenspiel, wo man auch in der Third Person Solo unterwegs war und sich da durchgeschnetzelt hat. Eigentlich kein riesengeschlechtes Spiel, hat aber auch eher einen bunteren Grafikstil und alles was eher auf, ja, so blumig auf eingestellt. Dann hat es mich dann auch eben so ein bisschen daran erinnert. Das war auch nicht so extremst düster eben und alles ein bisschen zu, ja, zu, zu bunt. Und genauso erinnert mich auch in Dragon Age 4, obwohl es versucht, irgendwie düster zu sein, ist es ultra clean und bunt und hell und will unbedingt auch eben dieses Woke noch dazu, weil es auch so schlimm, das Schlimme daran ist, man merkt halt so stark, wie es aufgesetzt ist, wie stark es eben, wie soll man sagen, wie es einen auch mit dem Finger da drauf zeigt. Guckt, wir sind divers. Guckt, wir sind offen und alles. Es ist so schrecklich. Es hat einen Grund, warum im Gameplay-Trailer halt eine schwarze Person zu sehen ist, weißt du, du kannst Millionen von Figuren erstellen, aber genau das wird gezeigt. Man hätte natürlich auch einen für andere Völker gezeigt, es sind ja nicht nur Menschen spielbar. Nein, man kann kein anderes zeigen. Nee, das wird gezeigt. Ganz klar eben Ideologie. Genauso auch den Trailern, wo natürlich eben, da hatte Gamestun, hat ja eben diesen Vogue-Meter da gehabt, wo dann aufgezeigt worden ist, wie oft eben weiße Männer töten und eben starke Frauen und so weiter. Ich habe da wirklich mich köstlich amüsiert. Das ist einfach traurig. Wir weißen Männer sind das größte Problem auf dieser Erde. Allausrotten, so wird man sagen, nicht? Und die starken Frauen von heute. Es vermittelt ein komplett falsches Bild von der Gesellschaft. Es vermittelt falsche Werte, die einfach nicht existieren und doch eher mehr Probleme verursachen. Und vor allen Dingen sollte sich eine Spielefirma, sollte sich eher darauf fokussieren, ihre Kundschaft zu beliefern. Ich weiß natürlich, dass dieses DIY, wie es da heißt, oder D-E-Y, ich sage immer Die, weil alle Spiele, die dieses DIY eben benutzen, eben dieses Diversity, Including und alles, dass die meist sterben. Darum sage ich immer, das ist das Die-Prinzip, also Sterben eben auf Deutsch übersetzt. Und genau so ist es am Ende. Ja, sie nutzen das natürlich, durch das, wenn sie diese Diversität und Inklusion benutzen, haben sie ihre Chancen, zum Beispiel bei BlackRock Kredite zu kriegen. BlackRock ist auch der Antrieb der ganzen Sache. BlackRock ist eines der größten Banken- und Aktienunternehmen, die es soweit auf der Welt gibt. Die haben natürlich auch ziemlich starke Macht, die Top 1 der Banken und alles sind mit dem Geld. Und natürlich haben sie vorgegeben, ja, manchmal, wie war das Zitat nochmal vom CEO, manchmal muss man den Leuten eine Richtung aufzwingen, war das Zitat in der Richtung. Also man muss den Leuten quasi eine gewisse Meinung oder eine gewisse Haltung eben aufzwingen. Und aus dem Grund will er jetzt eben auch, dass wenn man Kredite eben vergibt, dass man eben auf dieses eben Diversity-Including eben achtet. Und für große Firmen und alles, die möchten natürlich einen kleinen Buffer haben und holen sich dann eben einen Kredit, mit dem man natürlich kalkuliert, dass man das am Ende natürlich wieder reinhaben möchte. Ganz normales Firmen-Dinge. Das Problem ist jetzt halt eben, dass die ganzen Firmen sich halt einfach nur, ja, damit kalkulieren. Weil sie denken natürlich, wir haben dann diesen Kredit, wir bauen ein bisschen Wokeness ein oder ein bisschen zu viel Wokeness. Und das rechnet sich dann. Und genau denselben Mist sehen wir jetzt in Dragon Age 4. Man hat in voller Ladung Wokeness reingebaut. Hat dann wahrscheinlich natürlich Unterstützung dann von so was wie BlackRock und Co. bekommen. Und dann zerstellt man da dran. Suicide Squad hat ja auch gewissen Wokeness-Faktor. Da waren ja auch alles die bösen weißen Männer. Batman wurde ja exekutiert. Ist ganz klar, Wokeness-Ideologie. Batman wurde erschossen. Natürlich von der Frau, von Harley Quinn. Ja, ihr seht schon, oder? Starke weiße Frau, die einen weißen Milliardär tötet. Also, es ist, ja, es ist schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Ich wundere mich schon, dass es überhaupt auf der Spielerseite ein weißen da gibt. Bummer Rain, wie hieß es? Ich kenne mich mit den Figuren leider alle nicht so gut aus. Aber trotzdem halt. Und divers ist natürlich der High, ne? Es ist einfach katastrophal, wie sich das einfach entwickelt. Und das Schlimme ist hier auch Folgendes. Warum ich dieses Video so mache, ist halt, dass ich gehofft hatte, dass eigentlich BioWare irgendwie, ja, nochmal, nochmal die, ja, nochmal die Drehung rauskriegt. Und zwar in dem Sinne, dass es halt doch noch überlebt, weil ich eigentlich schon ein BioWare-Fan bin. Die hatten saugute Spiele gemacht die letzten Jahrzehnte eben. Bin ein riesen Mass-Effect-Fan. Ich habe alle drei durchgespielt. Ich habe alle zusammen verknüpft mit den Save-Games und so weiter. Und eben Dragon Age eben war auch dazu. Und ja, die Firma hat sich verändert, aber leider nicht zum Guten. Und ich muss ehrlich sagen, nach Dragon Age 4 wird es BioWare gar nicht mehr geben. Ganz klar, EA ist auf dem Pfad, wir wollen Gewinn machen. Die sagen sich, okay, machen wir halt Wokeness rein, weil dafür gibt es Geld. Bonuspunkte. Und wenn dann nicht geliefert wird, dann sind es dann nicht die, diese Ideologie, dann ist nicht die Wokenesschuld. Dann hat BioWare nicht richtig abgeliefert. Und dann wird das zur Versenkung getragen. Dann wird BioWare höchstwahrscheinlich eingestampft. Und dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nichts mehr mit Dragon Age oder vielleicht auch gar kein Mass-Effekt mehr sehen. Und wenn dann in irgendeiner Form, wo wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Was auch eben ist, ist halt, Dragon Age hat sich, also Dragon Age 4 hat sich so krass gewandelt. Es ist jetzt ein Third-Person-Action-Spiel, was sich so weit vom allerersten Teil entfernt hat. Ja, war auch schon eher actiongelastet, aber man hat trotzdem eben die verschiedenen Partymitglieder ja kontrollieren können, ihm Befehle geben können, man konnte ja auch so eine KI zuweisen, wie das Verhalten ist und so weiter. Das ging ja alles. Und das hat ja auch eben diesen Reiz ausgemacht, dass man wirklich seine eigene Partie wirklich auf seinen Playstyle ausgerichtet hat und so weiter. Und das alles entfällt. Man hat weniger Begleiter, die man nicht steuern kann, sondern man hat ja eine direkte Kampfsteuerung. Ich bin ja ein Fan von solchen direkten Kampfsteuerungen, aber nicht, wenn ich so eine Art Dragon Age-Fortsetzung habe. Wenn man sagen würde, wir würden im Universum von Dragon Age ein paar Spin-Offs machen, die nicht um den Hauptteil gehen, also die wirklich nicht diese große Krux sind, sondern so ein Spin-Off-Ding halt, dann wäre das alles auch kein Problem. Dann kann man sowas auch mal probieren oder halt eine neue Marke einführen. Klar, nehmen Sie den Markennamen von Dragon Age, weil der hat Gewicht. Die Leute, die jetzt vielleicht seit Jahren keinen Dragon Age mehr gespielt haben, die denken, oh, Dragon Age Origin, boah, das war geil. Aber jetzt nur als Dragon Age. Aber halt, wir wissen, wir haben an den Trailern gesehen, die Bewertungen, was die Leute davon halten. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Und hier wird gegen den Kunden gearbeitet. Das ist wie viel, über 500.000 Dislikes hat der offizielle Gameplay-Video und der Trailer auch so in den Dreh. Und viele Reacts von YouTube waren auch so, so, Digga, was ist das? Vor allem ist halt die Frage, für wen? Wer ist die Zielgruppe? Also wenn Dragon Age eigentlich immer dafür stand, dass es eigentlich ziemlich brutal, düst und ernst war, Dragon Age 1 hat ja auch ein USK 18 bekommen, dann wird dieses Spiel, so wie es jetzt schon vom Gameplayer aussieht, ein USK 12 kriegen. Und man möchte ja eher an etwas Erwachsenes spielen, etwas Reiferes, so eben auch in Richtung The Witcher 3 zum Beispiel, wo man halt, ja, ins Erwachsene rein taucht. Aber das ist halt einfach ein Knuddelspiel. Und dann interessiert es keinen, wenn es nicht brutal wird oder so und schon diese, ja, diese Grafik hat und so weiter. Und des Weiteren ist auch ganz wichtig halt, was sind Videospiele? Videospiele sind eine Form von, wir möchten von der Realität ausbrechen. Wir möchten einfach einmal oder halt für gewisse Zeit einfach mal von dieser Realität fliehen und etwas anderes erleben. Darum fliehen wir in Videospielen hinein. Der Fliehen klingt böse, aber es ist halt nun mal so, dass wir uns komplett in ein Genre, also in ein Spiel halt eben vertiefen und da reinfliehen und dann da eine gewisse Zeit gebunden sind, um uns von dieser, ja, bitteren Realität halt eben auch mal zu entfernen, von der ganzen Arbeitswelt, von den ganzen Nachrichten, die bombardiert werden und so weiter, um einfach mal, ja, jemand anders zu sein. Wir wollen einfach mal in einem Videospiel mal jemand sein, die wir in der Realität nicht sind. Dann wollen wir einfach mal halt einfach ein, ja, ein Gerard von Rieber sein, der halt einfach mit jeder Frau, die ihm begegnet, schlafen kann, der jedes Monster besiegen kann. Dann wollen wir gerne mal in der Zukunft sein, eben in Cyberpunk, wollen uns Implantate reinbuttern, die wir uns mit in der Realität niemals reinbuttern würden, weil wir zu viel Angst hätten, dass sie halt was mit uns machen. Wie wir es ja auch in Cyberpunk sehen, was das so als für Auswirkungen hat. Aber das Problem ist halt durch diese ganze Ideologie von Vokeness, die wir auch tagtäglich halt in den Medien haben. Wir sind davon überflutet. Ich hatte persönlich nie Probleme mit diesen ganzen LGBTQ-Leuten, die waren einfach, die waren da, ich habe das akzeptiert. Aber jetzt ist es überall. Ich habe Werbung von der Post mit Männern in Frauenkleidern. Ich kriege, ich kriege all die Werbung, wo eine weise Frau mit schwarzem Mann da ist. Ich will nichts, ich bin nicht gegen die Sachen, aber es zeigt halt nicht unseren Status, es zeigt nicht unsere Durchschnittsgesellschaft, es zeigt nicht an, wo wir sind. Und es ist halt einfach so ironisch, dass halt keine weißen Männer mehr in Werbung zu sehen sind, solange sie halt nicht schwul oder non-binary oder sonst irgendwas sind. Und uns geht es halt auch auf den Keks, weil wir halt diese ganze, diese, auch die News halt haben. Ja, Mann, der ist Frau, es wurde misst Gender, 10.000 Euro Strafe. Und dann guckst du die ganzen in der Politik bei den Grünen an, die jetzt irgendwie non- oder trans-wummen sind. Und du willst davon einfach weg, weil es dir auf den Sack geht. Es geht dir einfach auf den Sack. Und darum spielt man Videospiele. Und du kannst heute nichts mehr ohne eine Ideologie spielen. Startest du Call of Duty, siehst du Leute mit eben LGBTQ-Banner, Emblemen und sonst was, oder irgendwelche LGBTQ-Skins, sondern 7.000-Skins, irgendwelche Superstars aus der Realität, von denen du, die du nicht mal kennst. Aber überall wird alles nur noch reingebuttert davon. Und das hat nichts mehr mit dieser ganzen Sache von Videospielen zu tun. Videospiele sind ein eigenes Universum, das für sich steht, das uns unterhalten soll oder vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen soll. Dass wir halt eben Geschichten haben, wo wir einfach mal nachdenken, die uns dann später noch beschäftigen. Ich fand zum Beispiel sehr genial, war nicht Disco Elysium, das Anspielung auf die Realität gemacht hat, ohne wirklich die Realität zu zitieren. Es wurden halt Namen verändert und so weiter. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann kommt man nicht drauf, aber man merkt schon sehr stark, auf was es sich anspielt. Aber es drückt nicht die Realität wirklich da. Also es ist schon noch ein eigenes Universum mit eigenen Namen, das Anspielung auf die Realität macht. Aber hier ist halt diese Ideologie direkt vertreten, in diesem ganzen Vokeness. Und das wird sich über kurz oder lang halt einfach rächen. Und ehrlich gesagt, es ist traurig, dass es so sein wird, aber es werden in nächster Zeit sehr, sehr viele Firmen und Studios geschlossen werden, bis dann endlich mal ein Wandel entsteht. Wir haben zum Beispiel jetzt hier als Beispiel ist jetzt noch Square Enix. Da gab es auch ein Video drüber auf YouTube, wo es dann hieß, dass mal die Shareholders, also die Aktionäre, dann mal bei der Konferenz gefragt haben, Leute, was soll dieser Mist mit dem Vokeness? Die Leute haben keinen Bock mehr auf eure Spiele, sie kaufen sie nicht mehr. Es gibt nur noch negative Meldungen. Das ist für einen Aktionär natürlich nicht gut, weil Aktionäre wollen natürlich am Ende Dividenden abstauben, eben also Umsatzbeteiligung. Und wenn natürlich die Firmen etwas machen, was die Kunden nicht wollen, damit keinen Umsatz generieren, ja, dann schmälert das halt auch die Dividende. Und das mögen Aktionäre gar nicht, wenn ihre Dividende geschmälert werden, weil dafür haben sie halt die meisten davon diese Aktien gekauft. Die kaufen diese Aktien nicht, weil sie nur eben davon denken, ja, ich mag die Firma, ich mag die Spiele. Diese gibt es auch, ich gehöre auch dazu. Ich habe auch Microsoft-Aktien zum Beispiel, weil ich halt viele der Spiele mag, weil ich auch viele der Spiele halt eben von damals kenne. Und darum habe ich das eben auch drin, also ein Portfolio. Aber eben andererseits möchte man natürlich dennoch die Dividenden und so weiter eben mitnehmen oder auch Mitspracherecht zum Beispiel haben. Und jetzt sind das, wie gesagt, bei Square Enix, die Aktionäre gesagt, hey Leute, was soll der Mist? Und so fängt das dann langsam an, dass eben auch andere Bereichen mal hinterfragt wird, was das langsam soll, was dieser Mist soll. Und die Leute keinen Bock mehr darauf haben und dass da mal ein Schwenk anstehen sollte. Und genauso eben auch mit Ubi-Schrott, dass sich Leute hier auch beim Neues-Helste-Squid sagen, fühlt sich komisch an, denn die meisten auch, zum Beispiel hier ist von Sasuke, da gab es auch schon Videos darüber, dass es den so, wie er dargestellt ist, nicht wirklich gab, in keinster Weise. Also da gab es auch vom echten Japaner, ich glaube einfach japanisch heißer, der hat auch ein Video drüber gemacht, der hat gesagt, diese Sasuke, der wird vielleicht in zehn Sätzen mal erwähnt, mehr nicht, mehr wissen wir nicht. Und Ubisoft streckt daraus eine Riesen-Voke-Geschichte. Witzig dabei ist aber übrigens auch, dass eben die ganzen Gespräche von Sasuke und alles so weiter sehr monoton und flach wirken. Er kommentiert Dinge, die offensichtlich sind. Und man davon ausgeht, dass dieser Sasuke eigentlich nachträglich durch dieses DIY eben zusätzlich eingeführt worden ist. Eigentlich sollte eigentlich diese, ich weiß gar nicht, wie die Assassinian dort heißt, sie passt perfekt ins Spiel. Sie ist agil, sie ist bewegt, sie ist genau das, was an Assassin's Creed ausmacht. Sasuke ist einfach so ein richtig dick gepanzelter Typ mit einem riesen Schlagstock. Ich weiß den japanischen Namen nicht von diesem Zweihänder. Und er wirkt einfach so deplatziert, er wirkt einfach zusätzlich eingefügt. Man hat so, sie haben gegoogelt, gab es irgendwas Diverses in Japan, gab es da mal irgendwie einen schwarzen, so einen Roya Sasuke, den gibt es aus diversen Geschichten, die auch nicht als real abgestemmt sind, also die einfach eben auch sehr viel Fantasy und Eigeninterpretation sind. Ja, und das nehmen sie jetzt als vollmundig und den nehmen sie jetzt dann als Vorlage. Und der wurde, so wie man vermutet, zusätzlich eingeführt. Und ich finde es auch so witzig, dass man sich die ganze Zeit zwischen beiden entscheiden kann, wo ich sagen muss, ich würde, würde ich Assassin's Creed, mein Gott, ich kann da echt nicht reden, Assassin's Creed Shadow spielen, würde ich die ganze Zeit die Frau spielen, weil sie halt einfach eine Assassin's Assassinin ist. Sie kann sich ein Gebüsch auf den Boden legen und vorbeischleichen, sie kann Leute aus der Ferne packen, sie hat einen Greifhaken, wie es auch schon, ich glaube, in Unity gab, um sich halt an Objekten hochzuhangeln und so weiter. Sie kann natürlich auch dieses Seil nehmen mit so einer Kugel dran, um ringsherum zu schlagen, um mehrere Gegner im Umkreis eben ja zu betäuben oder zu verletzen. Einfach genial, was ich sagen würde, ja, das ist nämlich ein Assassin. Aber Sasuke für mich, dort ist einfach so ein riesengroßer Schwarzer mit einem Zweiernkeule, der einfach frontal auf alles drauf geht, wo ich so denke, der wäre nie im Leben so lange unterwegs, der fällt ja, wie gesagt, auf, das wird nicht lange ungedeckt bleiben und vor allen Dingen, so kommst du bestimmt nicht durch Japan. Glaube ich nicht, dass du mit so einer Kugel so da durchkommst. Wie gesagt, kompletter Schwachsinn. Wie gesagt, Ubisoft eh langsam ein bisschen am Untergehen, sehen wir ja Skull and Bones, das sind ja auch, glaube ich, nicht mehr mehr als 100 Spieler, das Spiel wird ja auch free to play. Okay, sehr, sehr schade, was aus Ubisoft geworden ist, dass Ubisoft einfach sich nicht an ihren Spielen orientiert. Die Leute wünschen sich seit Jahrzehnten ein neues Splinter Cell. Und ich glaube, es kommt kein Splinter Cell aus dem Grund, weil es einfach ein weißer Mann ist, weißer Hetro-Mann, der stark ist und ja, das darf man nicht mehr zeigen. Wenn es ein neues Splinter Cell gibt, dann wird es eine weibliche, schwarze Lesbin, die dann da rumkraxelt. Hört doch meine Worte, das wird genauso kommen. es ist schrecklich und vor allem finde ich es auch schrecklich, dass einfach von großen Dingen eben einfach kein Gegenwind kommt. Wie gesagt, die Vogue-Star ist komplett wie Vogue-ideologisch. Im ganzen Pride-Mompf wird natürlich die Vogue-Flagge gehisst und alles, aber kaum ist das vorbei, sind sie dann wieder weg, weißt du. Es ist traurig. Leute, also wenn ihr für etwas steht, wenn ihr für wirklich diese, für dieses Vogue, für dieses Diverse steht, dann tut ihr dieses Logo nicht nach einem Monat wieder ablegen und dann ist wieder alles wieder normal. Nein, geht nicht. Sorry, geht überhaupt nicht. Ich bin ganz offen und ehrlich zu euch. Diese ganzen Pride-Mompf, dieses Ganze, die Firmen, die ihre Logos da drauf machen, also ihr Logo verändern, diese ganze Vogue-Niss in Videos, also in Serien, Filmen, Videospielen, die hat diesen Menschen, diesen wirklichen LGBTQ-Menschen, viel mehr geschadet als geholfen. Ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass seitdem es diesen Wandel gibt in diese Vogue-Ideologie, dass der Hass, der Rassismus und, wie soll man, diese Homophobie und so weiter, dass das gegenüber diesen Leuten drastisch gestiegen ist. Einfach aus dem Grund, weil man es den Leuten jetzt in ihrer privaten, Freizeit, in ihren eigenen vier Wänden so hardcore auf die Nase bindet, denn selbst dein Hobby infiziert es von dieser Ideologie. Dann hast du irgendwann mal auch echt die Schnauze voll und irgendwo entlädt es sich auch. Es wird sich irgendwo, entlädt es sich auch. Das ist, was ich meinte, das Video hier ist auch so eine Entladung davon, nicht gegenüber den Leuten, sondern einfach gegen die Firmen, die diesen Schwachsinn machen. Und jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr dazu, was haltet ihr davon? Sagt ihr, ja, es geht mir auch persönlich auf den Gegensatz, oder sagt ihr, ja, ich finde es schon okay, dass diese Leute vertreten sind und so weiter. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Das war Solodecker Gaming.